Der ehemalige Kommandant des US-Geheimdienstes CIA und Osama Bin Laden-Spezialist Michael Scheuer hat die USA angegriffen. In einem Artikel für den britischen Telegraph schreibt er, der Konflikt mit der islamischen Welt sei ein Produkt der amerikanischen Außenpolitik. Während die Menschen des Westens Glauben gemacht würden, es sei das Interesse von Islamisten, die westliche Kultur zu bekämpfen, richteten sich deren Aktionen vielmehr gegen die westliche Präsenz im Nahen und Mittleren Osten. Scheuer, der als CIA-Offizier mehrere Jahre auf Bin Laden angesetzt war, ist der Überzeugung, dass radikale Islamisten niemals daran interessiert gewesen seien, die westliche Welt zu zerstören. US-Präsident Obama solle jetzt die Wahrheit sagen, denn er und seine Vorgänger, die beiden Bush und Bill Clinton, hätten das amerikanische Volk 20 Jahre lang belogen. Doch werde die nächste Al-Qaida-Generation besser ausgebildet und brutaler sein. Ein Ende des Konflikts im Nahen Osten wäre nur durch einen Rückzug aus den arabischen Regionen möglich. Die amerikanischen Beziehungen zu Israel bezeichnete Scheuer als nutzlos und überflüssig.